Der Neu-Planter! Der Neu-Planter! 2x Tief-Strapp-Aufluston! 2x über 9000 PS! Blaue Aufladung! Er gehört zu den stärksten in der 2,5-Klasse! In der 3,5-Klasse genießt er für den Neu-Planter! Der Vorsitzende für heute Morgen auf den Start hat riesig noch im Schloss nach dem letzten Lauf in Altersleben. Den Ortböcher noch einmal konkurriert neu aufgebaut in den letzten drei Wochen. Und heute fährt er um den Sieg, um die Teilnahme auf der ARS. Und heute fährt er um den Sieg, 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 um den Sieg. Der Webpainter steht in Flammen, er hält ihn auf der Bahn. 68 Liter 43 für den Webpainter. Und der Traktor steht in Flammen.